Basti? Bist du da gerade geschlagen oder was? Nein. Das war ein Video. Du 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 du. Aber echt? Das hat uns handelt. Machilis siehst du das da? Ich sehe alles. Und ich dachte mich ich drücke mal just for fun auf Aufnahmen. Ernst jetzt? Ja das heißt ja noch lange nicht dass es rauskommt. Ja ne das heißt 100% dass die Scheiße rauskommt. Ne muss nicht sein. Muss echt nicht sein. Ich lieg so hart auf den Sack jetzt mit diesem Deck. Gut dann dann werde ich es raushauen. Weil der Hunter ist schlecht. Schlechteste Hartz. Oh ja. Muss ich nur noch was gescheites ziehen. Oh ok. Hey stopp stopp. Das gefällt mir jetzt ganz und gar nicht. Ja. Die Hand ist viel zu teuer. Ja und das einzige was du hättest machen können wäre halt nicht sicher gewesen das funktioniert. Oh. 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 Wie mies. Oh. 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 Das Wieseln, euer. Oh. Diese Folge wird rauskomm. Oh. Nur wegen dem Wiesel. Alter Oh Gott Läuft Dann hättest du jetzt den gesamten Bordschaden um grad mal vier runtergesetzt Ey Okay Das war jetzt eher bescheiden Ja sehr Ich hab zwei Schöne sauber bekommen Wieder keins Denk dem Christian was Bitte was Meine Hand ist zu voll Nein Ist alles genau berechnet bei mir Oh Oh Gott Es wäre alles was kommen könnte wäre schön Ja Da könnte ich auch den hier Wenn der hier kommt könnte ich auch den hier ausspielen Danach Ja 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 Hä Achso Ich verstehe Läuft Na das ist okay Na ja Für Hunter mein ich Sollen wir das machen oder ist immer Randomness Das nicht Komm Randomness Ich guck nur zu Ich bin hier keine Oh im Ernst Zweimal Das ist ja irgendwie so ein DJV Zweimal Oh dieses Mal probierst du ohne Spell Weil er hätte doch als auf dem Feld liegen Schade Oh man da schönes Das ist gut Wie einfach nix gab Ja aber Du hast ja Möglichkeiten Ja hab ich Hast du den Frosch nicht zerstört Nö du hast Sinn Mit deinem Taunt Doch schon das eine Totem zerstört Achso Stimmt ja Ja Machilis Nächste Runde Das wär aber fies Okay Auch nicht so gut Merke ich gerade Das wär echt fies Also wenn du so fies spielst Dann weiß ich nicht Ob ich je wieder mit dir spiele Nein Aber Gegen mich ist alles in Ordnung Ne ich find's schon ziemlich mies Was er jetzt gerade vorhat Ich werd's tun Weil die hab ich ja auch noch Aber Ach ich sag nix Und Just for style Ja ich sag nix Ich sag nix Ich bin ja nur Zuschauer Ich war mir klar Als sowas kommt WBW Guck mal Oh Oh Ich seh ja sogar welche Auswahl du hast Ich schwanket sich n ganz rechts Und ganz links Ja Lass dich überraschen Was tun Ich träume Und die Welt Erzittert Ja Ausrasten Aber Ernst Jetzt Aber Ernst aber die antrag australi herracki gewesen warum ruhig ich frage mich Macht dein Angriff wirklich keinen Schaden, keinen Sinn? Doch, der macht Sinn. Ja, weil der Schaden vielleicht auf den noch gegangen wäre. Ach so. Jetzt! Jetzt! Ja, aber ist ja ein Priester. Ja. Von daher... Ach, jetzt sieht man ihn auch mal auf dieser Seite. Super. Hä? 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 Was war das? Hä? Wie kam die Animation bei mir? Ja. Ja, die kommt auch zu dir ins Deck. Nee, die Animation vom Healen ging auf beide Helden, aber geheilt wurdest nur du. Okay. Das sah irgendwie merkwürdig aus. Das sah irgendwie merkwürdig aus. Oh! 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 Dass du immer gleich Taunt ausspielen musst, ey! Hä? 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 unbedingt wieder haben wir ja sehr gut kann man wohl sagen willkommen zurück lieber elementar war jetzt das vierte mal ernst du musst immer so ein scheiß taunt haben wichtig wichtig überleben macht baron in deinem scheiß deck warum nicht dieses deck heißt bei mir chaos total stimmt auch der name zu recht ja aber ich habe schon mehrfach mit dem erfolgreich gespielt halte ich bin aber gerade doch hier das habe ich mit dem deck sehr oft besiegt halte ich für ein gerücht aber ich glaube gegen das deck von hunter her wird das schwierig wird sehr schwierig weil ich ziehe jetzt eine spezielle karte ja du hast eine spezielle karte was mache ich denn jetzt oh danke du weißt dass der ansturm hat der jetzt quasi in gottisch nicht einfach nur zurückbekommen ja aber du musst jetzt wieder ausspielen achtmal dafür hinblättern und er sagt das stinkt jetzt ausspielen jetzt siehst du bin ich losgeworden ist doch gut und er kommt wieder zurück was du noch zwei karten im deck das ist sicher schon mal gut endlich weg ist ja komm random das rette mich das war nummer fünf was kann ich noch mal schauen ich kann auch das hier machen das hier und das hier und sterben ich habe fast keine karten mehr komm spiel es aus den habe ich auch noch auf der hand den hättest du jetzt nächste runde kombon können theoretisch ja schönes spiel ja dafür dass du erst gejammert hast ich weiß nicht was in diesem deck mehr drin ist guck mal kurz nach rein ja gute idee mal kurz rüber gucken ich habe schon halb ist glaube ich das nächste 25 gut 625 lorosaurus eine stunde dann versuchen wir es doch mal mit diesem deck welches soll ich nehmen soll ich mal das nehmen wo wir noch eins einmal dualieren müssen macht ihr das ähm aber das macht nicht wirklich Sinn macht nicht wirklich Sinn das ist aber bestimmt lustig oder er wird die welt nicht verstehen ja komm das ist es wert okay das ist es wert dass er die welt nicht versteht ich glaube 10.000 wiesel sind ich glaube ich weiß wer gewinnt ich weiß es auch ich weiß es auch oh er wird dir helfen oh ja machen wir mal die da weg wobei das ist eigentlich oh das ist auch eine nette Karte da gerade gewesen ich könnte das auch den Spieß auch umdrehen ne weißt du ach so ja stimmt das war's vielleicht sogar jetzt wo du es sagst kann sogar funktionieren stimmt im Gegensatz zu meinem deck was ich habe geht das nicht ja deswegen da hat mein deck so einen Vorteil ist allrounder ja ja Hunter versteht zwar nicht wovon wir reden aber ist okay deine Zuschauer glaube ich auch nicht ja stimmt ja gut kommt drauf an wann wann ich das hier wenn ich es raushaue wann ich es raushaue er hätte es trotzdem nicht verstehen aber ich finde es ist sehr gut ich möchte das mehr machen ich lasse andere spielen und mache nix dann kommentierst du ja finde ich gut what the fuck und staub zu staub bin ich gesund an das war asche zu asche warum 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 hast du den ausgespielt weil kombo ok er hat doch schon die zwei hier aber trotzdem ansturm sachen wieder raushauen danach und zu er hat seine quest ist abgeschlossen deswegen bin ich am arsch da wird es aber stinken nein er ist immer parfümiert ach so woher weißt du das ist an meinem arsch das problem ist ich kann auch nichts dagegen tun ja doch zuschauen das stimmt da spricht ein weiser mann ja und da ist es ziemlich dunkel jetzt geht's los jetzt geht's los ja ich bin fertig du weißt schon dass du meine fischer jetzt weg da hätte es töten können ja aber trotzdem er hat er noch etwas mehr machen können ja da fettes bm welches darf es beenden aber das ziel hat der deck hat sein ziel erfüllt ich habe die welt nicht mehr verstanden warum du dich zwar selbst geheilt hast ja das war ein duel der idioten das ziel dieses text war möglichst schnell selbst zu sterben ja dann hast du denn nicht schon wieder dasselbe nein nein das ist jetzt der drachenkristall jetzt macht der ernst jetzt macht er ernst warum soll ich jetzt ernst machen kann der das überhaupt kann ich doch gar nicht ich finde das hier ist eine schöne karte die zweite von links wer spielt denn die überhaupt noch ich ja ich seh es habe schon oft genug das leben gerettet ok ja klar leben gerettet habe bei mir meistens ein reno so wollen wir mal gucken ob er gut rätseln kann ah das ist die sehe ich ja auch ja das ist alles ja was musst du jetzt auswählen die die er auf der hand hatte nee die wo es einfach an seinem deck war in den beiden hat er nicht achso ich tippe auf die da ha hatte recht eine karte wo zu beginn des duels in seinem deck war das ist das ist das ist Hat er das Kriegsbeid ausgegraben? Pass, warum heilst du den halt auf den 6-4? Alter, ich verstehe die Welt nicht mehr. Ja, alles Taktik. Huch, da fällt meine Powerback ja glatt zu Boden. Nächste? Hätten ich's gefragt, egal wer ich die Geilt hatte. Die Karte habe ich in meinem Deck? Offensichtlich. Gut zu wissen. Die Menagerie ist nur auf der Gäste. Mach Platz, Agentin Geheimer Mission! Die Ruhe vor dem Sturm. Hätte ich gerne Coin. Hätte ich eben auch gerne gehabt. Doch, tut ja keinen Zwang an. Wie was? Nur was? Was ist bloß ihr Lunes Wille? Weiß ich nicht. Was? Bars? Bars? Deswegen wollte ich letzte Runde Coin haben. Awww. Also ich frag nochmal, wer spielt diese Karte noch? Hahahaha! Bitt ihr die richtige? Oah, nicht dabei. Die Frage ist, was verstehst du unter die richtige? Hahahaha. Wie immer. Drachenlord Todesschwinge. Ich hab mich jetzt immer da rausgezogen. Achso. Hat mich einer von euch gerade im TS angestopft? Nein. Ich nicht. Ist jemand verletzt? Ah, Stefan. Was? Was meint der? Nix, nix. Müsst ihr nicht wissen. Ah, okay, okay, okay. Soll das heißen, müsst ihr nicht wissen. Es geht um Geschäftliches. Es geht um Geschäftliches. Geschäftliches. Gibbs macht seinen eigenen Drogenhandel auf. Es kommt sogar sehr nah ran. Es geht um den Echo-K-Handel. Echo-K. Echo-K. Werbe-Deals und so. Boah, ich dachte schon, du spielst das andere aus. Nee. Jetzt wird's hässlich. Hier fliegen gleich stille Shows im Giesel. Hä, 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 hä. Äh, 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 äh. Ich könnte jetzt sagen, Clean-Up-Guy ist mein Zweit-Account. Und ich zeige ihr mal, wie man richtig spielt. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Das gibt's hier nicht. Ist ausverkauft, so was. Oh, Mann. Gut, das doof ist... Ja, ich müsste einfach das Zuschauer-Modus überdecken. Keiner würde es merken. Das stimmt. Das stimmt. Doch, deine Maus wird bemerken. Das stimmt, ja. Aber wenn keine da ist, dann hab ich sie einfach nicht mit aufgenommen. Hast du extra rauskasiert? Nee, ich kann sie auch einfach aus dem Bildschirm ziehen. Komm mal. Ach, fantastisch. Wie geht's unseren Dinos? Ja, da müsste jetzt gleich einer was wollen. Ich glaub'n Rex. Ja, wir gucken gleich mal nach dem Match. Komm, Banders. Noch will keiner was. Fuck! 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 komm mach jetzt fertig langt ja genau ein rexel in fünf minuten was mit diesem deck habe ich noch nie gewonnen mit welchem das ich jetzt gewählt habe ach das jetzige ja es jetzt dann gleich kommt man kann ich ja dieses deck hier bin ich ja gespannt oh wieder ein priester wie nett ihr zueinander schon vorbei schon vorbei mit freundlichkeiten was ist denn los schön dass du mir das jetzt mal so demonstriert freut mich aber das deck ist schon speziell was kommt da jetzt was ich überlegen ruhig eine runde zu früh aber den netter zu behalten doch so freundlich bin ich dann Hahahaha oha schön dass du sowas extra für die aufnahme macht ein problem und minuten noch der eine rex der andere noch eine minute und andere muss sagen gerade eine gute drohung drauf leate mein hammer mit heiligem feuer katka dessen es macht stopp 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 oh nein muss das jetzt sein ja ist es so ein unendlich feierball weiß ich noch nicht weil du keine quest ausgespielt hast muss man als quest magier nicht im ersten der ersten runde das stimmt ja muss es nicht aber alle machen es nicht unbedingt nicht unbedingt viele stunden auch in der ersten runde des babbeln buch aus das brabende buch unterwegs zu volsk industries jetzt müssten tyrannosaurus was wollen ja christian kuschmann ist schon gemacht das ist nur ein spieler bis den eigenen mobs opfers ja da der fällt mir gerade auf ich hatte den decktöcker gar nicht aktiv brauchst du nicht geht ja auch gut ohne aber geht schilder sehe ich immer was für das ist das ich weiß nicht was es noch sagen kann oh man na super bitte nur bullshit boah wie aggressiv der ist ja sehr wundert mich ein bisschen ich hab jeglichen respekt vorm gips verloren den kann ich eigentlich noch eine runde eingefroren lassen halt jetzt nicht das viel zu exekuten dann mach ich lieber das ein ganz ganz böser mensch ich bin nicht mehr schön dem zu spielen es macht schon gar keinen spaß mehr also guck dir mal was ist das ein flamestrike wäre schön gewesen ich habe eigentlich nach blizzard geguckt ja oder ja das geht auch naja dann muss ich wohl das leider so handhaben naja erstmal das da war ja klar dann das und dann das ja das ist sehr gemein jetzt gibt er mir auch noch karten also nee nee vom scheißgarten ja schwierig hättest du jetzt nicht unbedingt ausspielen müssen naja so das hätte jetzt nicht sein ja doch ich brauch ja jetzt weil meine situation passt nee 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 verzeihung ihr steht in flammen ich sehe nur ein face geht hier ja also sagt der richtige ich bin verzweifelt ich weiß nicht mehr was ich machen soll also ne hab ich dann auch keine lust mehr hier also ne irgendwann ist auch komm du hast eh äh 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 schon wieder Eisblock hab ich jetzt keine lust also äh muss jetzt nicht sein hier was für ein Spiel zum glück hast du noch drei naja beinahe zwei mana mehr wäre schön ja also das Leben ist ja kein Wunschkonzert nee leider nicht was soll man machen also wenn du das noch drehst dann hab ich also den höchsten Respekt vor dir das darf nicht wahr sein das darf nicht wahr sein Alter ich glaube ich muss meinen Satz zurücknehmen Alter oh schade eigentlich da hab ich jetzt auch gar keine Lust mehr jetzt hier Alter okay ich merke ich muss äh wieder ernst machen ja Alter ich kack ins Essen wenn das passiert da musst du ein Video machen mit dem Zeitpunkt weil das Schlimme ist es sieht echt danach aus als würde das noch passieren ja irgendwie ja es sieht immer mehr danach aus ich glaub's nicht ja das das war's das war's so das will ich jetzt auch nicht akzeptieren hier Alter der gewinnt das ja ja wenn da nicht noch irgendwie aber ich glaube das war's das ist einfach unglaublich das ist einfach unglaublich das ist einfach unglaublich da hab ich jetzt auch keine Lust mehr da hab ich jetzt auch keine Lust mehr schon wieder dran Alter weh 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 oh fuck leid für dich ach egal da passiert nichts mehr was für ein Tick also Männer das Spiel ist gar nicht unterhaltsam, aber ich habe jetzt auch genug und irgendwann muss ich auch den Schluss durchziehen also bin ich schon wieder dran? ja das ist mutig muss ja ja super die letzte Karte zu ziehen ja, mein Plan ist aufgegangen ach du, es kommt Führerschlag, war mir klar nee, also jetzt ja, ich will ja nichts sagen aber ich möchte da jetzt nichts mehr hören außer das Knappgeräusch zurück in eure Häuser ich glaube es nicht nehmt das alles nicht zu ernst hast du da mal Führerschlag auf der Hand, ne? da könnte ich nicht drum wetten ne, ist leider nur ein Feuerball und äh, ja der Feuerball ist muss ich leider gestehen doch ausverkaufbar und du rutschle an ja, Männer Alter Herr Vachilis, ich erwarte das Foto mit dem geschissenen Essen hat mir gut gefallen aber irgendwann ist jetzt auch mal genug und da muss man halt auch mal den Schluss alter, wie er so Glück hatte das verstehe ich nicht wenn ich das Spiel noch drehscheißte jetzt essen zum Glück hast du das zum Glück hast du das vergessen was ich davor gesagt habe ich hab's wirklich vergessen ich weiß schon ich hab gesagt wenn du das drehst hab ich den größten Respekt vor dir ich nehm das zurück oh, da hinten will was Liebe da will was Liebe hochspazieren gehen gerade eben erst gekommen ich hab's gerade geguckt hatte oh, oh, ich steck fest auf der Stelle laufen sind leider nicht, ne? ne so richtig äh, Christian kannst du das mal wegpfeifen? bitte Hilfe 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 Nein, dich will ich nicht was hast du da gepfiffen? ah, der Rex ich stecke jetzt ganz fest ah, wo bist du? schnell entscheiden ah so, warte mal ähm, Hunter deine Zeit läuft ab ja, ich hab das geheimnis schon gespielt ich guck gerade nur nach den Dinos ah, okay alles gut, alles gut ja, die Alos sind fertig mit ausgewachsenen ja, die Alos sind ausgewachsen nice die Terror Birds auch fast mag, deiner wird's nicht schaffen die 100% 21.000 ist jemand verletzt? ne, egal macht ja nix was, Designer? wird's auch nicht schaffen der ist gleich ausgewachsen nach 20 Minuten was wird er schaffen? 100% Prägung wird er nicht schaffen 91, oder? er hat jetzt äh 91 wo, wo sieht man die Prägung? eventar gucken naja, wie viel Prägung hat mein Alo wind rüstung großgezogen hä, wo sieht man Prägung? weiter unten ach, 91% aber ich bin froh mein Terror brrrt hat's noch geschafft auf 100% brrrt 91 ja gut das, die 2% das macht jetzt nicht die Waffe aus ist in Ordnung gut hm was ist denn dann ist der nächste eine Stunde eine Stunde noch eine Stunde 40 Minuten eine Stunde 40 Minuten also 40 Minuten ist der nächste meiner ist doch in einer halben Stunde oder nicht nach dem habe ich gar nicht geguckt danke schön danke Merkel ja in einer halben Stunde ist er ist aber auch schon halb ausgewachsen da kann ich ja nichts für hallo esho 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 hört ihr seinen ruf? wer ist sein ruf? post herr gut hin herr gut hin herr gut hin das ist real das ist real das ist wahr ja kenne ich den geheimen Händedruck sorry ne kenne ich nicht ich auch nicht schau mal mache wie muss man denn denn machen oh je juh juh geht so ein juh ist geht nicht herr hallo holi nova danke go immer gerne hehehe 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 zock zonni deada zonni deada zonni deada jaaa ich sag nix mehr hehehe kling 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 Ey, so, guck, muss man mal so machen und so und dann auch noch so. Ah, ja, ja, ja. Und dann auch noch auf dem Rücken, ne? Muss man dann noch das hier machen? Ja, cool, das sieht man ja aber nicht. Das ist scheißegal, was auf dem Rücken kommt. Ja, deswegen ist es ja der geheime Händedruck. Ja. Awesome. Haha. Verrasche jetzt? Oh mein Gott. Musst du den nicht töten? Alter, das ist eine Verarsche. Ja, das ist Hearthstone. Ja. Blizzard. Oh Gott. Danke, Merkel. Danke. Nee, das ist Blizzard. Das ist, äh... Blizzard ist ganz gemein. Was hattest du als Option? Äh... Weiß ich nicht mehr. Dabber. Äh... Warte, ich spule kurz das Video zurück. Eines war diese Legendary. Die Legendary ruft 1-1-Kopien herbei. Ja. Die hab ich ausgewählt, dachte ich, die hast du drin. Oh nein. Also, nette Hand. Ich hab dir jetzt einmal gezeigt, wie man richtig spielt. Tschüss, war ich. Tschüss. Hunter, deine Hand ist super. Ja. Oh Gott. Äh, du darfst nicht mehr so mit ihm reden. Du hast jetzt vollsten Respekt gegenüber ihm. Ja. Ja. Du musst ihn immer mit, äh... Mein Meister anreden. Ja, genau. Ja, ab sofort ist es leider so. Lehrling Machilis. Ich hab dir jetzt einmal gezeigt, wie man richtig spielt. Hast du was gelernt? Hält mal. Das kannst du jetzt ruhig rausbringen, ja? Dass man auch sieht, wie man dir was beibringen kann. Nein, ich glaub, ich hab, äh... Ich werte diese Videos nicht raushauen. Ja. Weil ganz ehrlich, ich selbst spiel ja gar nicht. Das kann ich ja nicht raushauen. Hast du leider schon sowas. Also. Ja, aber jetzt... Aber jetzt ist es beinahe eine Stunde. Das kann ich nicht machen. Doch, das kannst du schon machen. Zwei Folgen raus. Ist jemand verletzt? Ja, also. Hier, für das hast du jetzt 0 von 10 Punkten von BM bekommen. Jetzt mein Face heilen müssen und danach mein Face hauen müssen, ja? Dann richtig BM gemacht. Ja, das können halt nicht alle so gut wie du, Meister. Danke, Lerni. Ach, verdammt. Kannst du machen nix? Ach, Arschloch. Das heißt Arschlochmeister. Das musst du sagen, nicht ich. Ja, wenn man so aufs Maul kriegt, dann musst du auch du. Ey, ich sag einfach nur Arschloch. Der ist giftig sein. Ja. War so klar, wenn du das hier... War klar, dass du das top deckst. Du hast schon ganz andere Spiele noch gedreht. Ja. Ne, das ist leider... Da ist Hopfum nur Malz verloren. Und Malz hat sie verloren. Kannst du kein B mehr machen? Ne, kann ich leider nimmer. Das ist so verloren, die Scheiße. Ja, das ist so verloren. Ja. Ja, total verloren. Kann dann nichts mehr machen. Ja, wird schwer. Ja. Aber... Toll, bei dir geht der Effekt nicht mehr weg. Der Effekt? Ja, du hast jetzt die ganze Zeit rundherum so grün. Hä? Bei was? Ja, du hast doch Dingensaus gespielt. Wildwuchs. Und dann gibt es doch diesen grünen Effekt, der so rundherum ist. Der ist jetzt die ganze Zeit. Ja, warum nicht? Ja. Ich glaube, das ist ein Zeichen. Wer weiß. Nachtdruck, Schatten war tot. Schatten war tot. Schatten war tot. Wie oft muss man gewinnen, damit man diesen Effekt dauerhaft hat? Das ist eine gute Frage. Das ist ein Secret Dingens, ne? Wie er einfach wieder nur face geht, ne? Ja, das ist halt... Ja, das bringt halt nichts, eben mal vorgehen anzugreifen, weißt du? Ja, doch, du tust ihm weh. Ja, aber der tötet dafür mich. Außerdem tue ich ihm nicht weh, der ist ein Pixel. Doch, du musst mir extrem auer. Ja, das tut ihm weh, okay? Ja, also, ich hab zwar... Ich bin zwar immer so eiskalt zu euch, aber ich hab schon Gefühle, ja. Hunger und Durst. Ich wollte grad die hier ausspielen. Mach doch. Wenn ich so gut gewesen, ne? Mach doch. Ich find das ne gute Idee. Ja, also, ich hab da auch nichts dagegen, wenn der Bachelist da nichts dagegen hat. Ich hab da auch nichts dagegen gemacht. Ich hab da auch nichts dagegen gemacht. Jetzt wird's ek... 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 eck... Oh, eckolisch war das jetzt. Was kann man wohl sagen? Ich finde es ja immer noch schön, dass dieser grüne Effekt immer noch da ist. Und die ganzen Sachen so. Nur ein klein wenig Sekret. Aber gibt's. Warum hast du jetzt nicht... Ach nee, das geht ja nur auf dich. Ich habe nichts gesagt. Die hier, ne? Ja, ich habe nichts gesagt. Alles gut. Alles gut. Ach, scheiße. Ich müsste langsam mal ihn ziehen. Das Festmahl der Seele beginnt. Wen meinst du denn mit ihm? Bei ihm hier, ihn. Der schläft noch ein bisschen. Na toll. Das ist echt beschissen. Das ist echt beschissen. Er wäre jetzt der einzig, wo es mich nicht mehr drehen könnte. Oder das. Das dreht's aber trotzdem nicht. Nee, das dreht's nicht. Aber es zögert's hinaus. Ja. Ich lade mich am Licht. Den wollte er spielen. Nebenbei. Als er noch den Dingens draußen hatte. Wo Heilung zu Schaden gemacht wird. Langsam krieg ich echt einen Hals, Marc. Ja, das kann gut sein. Ich hoffe, du hattest schon immer einen. Ich krieg einen dickeren Hals. Weil so ein Kopf ohne Hals ist schon irgendwie scheiße. Ich brauche eine ganz bestimmte Karte aus meinem Deck jetzt. Brauchst du auch. Eine ganz bestimmte Karte aus meinem Deck. Es ist noch 13 Karten übrig. Hm. Ja. Ich bin gespannt, wie die Sache hier ausgeht. Sag mal, im Ernst jetzt? Das kann noch ein bisschen dauern. Aber wenn ich ihn ziehe, dann haut er ihn weg. Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass er auch noch was hat, was das so ein bisschen... Ja, ich weiß, aber... Ihr macht's spannend. Aber ich kann euch schon mal... Oh! ...sagen. Super. Das wird auf jeden Fall die letzte Dingens sein, wo ich aufnehme. Wird auch mein letztes Duell sein. So, was zieht er jetzt? Mit Sicherheit nicht ihn. Ja, doch, ist was wie er. Aber... Ja gut, du kannst ihn theoretisch ziehen, ja? Aber ich kann ihn nicht mehr ausspielen. Ja. Also, Chi-Chi. Ja. Chi-Chi D'Agostino. Hey, immerhin. Er hat 22, 22. Ja. Nur wer das nicht benutzen kann. Ja. 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 Game. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020